Ich will jetzt ein letztes Lied gleich spielen. Ja, noch eine Frage. Oh, Achtung, jetzt kommt erst eine letzte Frage. Schlüsselfiedel. Kannst du die Sachen, das ist bestimmt noch nicht die letzte Frage. Ah, gut. Es bleibt ein Spiel, wenn er warst du. Was ist denn mit dem Publikum? Ja, das kann ich machen. Soll ich lauten oder blasen? Blasen. Ne, lauten. Lauten, äh, reislauten. Wir können nicht nur blasen, wir können auch lauten. Aber blasen können ja besonders tun. Also ich blasen lieber als lauten. Ich kann nicht lauten. Ich sehe das lieber. Oder ich sehe das lieber. Die Kinder verstehen das nicht. Ne, vielleicht. Ich hab gar nichts gesagt eigentlich. Nein, nein. Das war so blöd, das war nichts Blödes. Das war nichts Blödes. Der Blödeser ist gerade rum und muss lauten. Ja, das waren wir kaum. Leinen. Das jetzt geht auf. Musik 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 Musik